Wach auf Arnold, Megalodon hat dich verschluckt. Knock, knock Arnold, folge dem weißen Hasen. Megalodon gehört zur Haifamilie der Otodontidal. Er ist 15 Meter lang und wiegt gut 50 Tonnen. Damit ist er der gefährlichste Angreifer der Weltmeere und steht ganz oben in der Nahrungskette. Megalodon frisst kleine Wale, die teils sogar größer sind als er. Megalodon ist kein besonders schneller noch ausdauernder Jäger. Daher rammt er seine Opfer und versucht ihm die Knochen zu brechen und lebenswichtige Organe wie Herz und Lungen zu schädigen. Megalodon hat 276 Zähne. Die sind in 5 Reihen angeordnet. Die größten Zähne sind 19 Zentimeter lang. Das ist dreimal so viel wie bei den weißen Haien. Megalodons Kiefer ist 2 Meter hoch, 2,5 Meter breit und hat eine Bisskraft von 100 Kilo Newton. Damit kann Megalodon problemlos das Rückgrat eines Wales zermalmen. Hey, Schlafmütze! Hast du schon wieder halluziniert? Erzähl, wovon hast du geträumt? Megalodon? Der existiert doch gar nicht. Arnold, Megalodon ist vor mehr als 2 Millionen Jahren aufgrund des kühleren Klimas ausgestorben. Oder doch nicht? Daumen hoch und Kanal abonnieren!